hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger diesmal team taktik moshpit und wir haben herrschaft auf grid live kommentiert von eurem commander krieger und ich spiele heute mit der ak 47 mit schalldämpfer und dualmax dazu die python im akimbo modus und als perks habe ich hardliner pro warlord pro und marathon pro ja so als abschlussserien habe ich dabei die drohne auf der 3 auf der 4 den napalm angriff napalm und auf der 7 den blackbird ja ich bin wieder zu hause und hier ist euer live kommentiert ich muss mal schauen was jetzt raus wird bisher nichts da ist einer ja ich bin wieder zu hause wieso weshalb warum dazu wird es in den nächsten videos ein paar auflösungen geben auf jeden fall kann ich wieder zocken ich werde mir auch heute abend werde ich mir die map packs runterladen mein kanal ist nicht gehackt worden aber ich war einfach zock geil aber ich habe jetzt schon vom dirty ursel der heute abend auch kommen wird mir die map packs geschert während ich hier sehr ordentlich play more lauf 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 wo sind eigentlich die gegner auf jeden fall wenn ich mir die map pack scheren und wetter mal mit die neuen maps anschauen gibt es erstmal ein bisschen kamelle darüber der prinz gilt der prinz gilt letzter schuss zu male scheiße nicht nachladen eine situation ist für den arsch so so noch mal nachhören dann kann ich nämlich gleich die du im ex so schönen schnüllen drohen nummer raus ja leute ich bin froh wieder zu hause zu sein ich kann wieder zocken und ja ich weiß noch gar nicht jetzt was wie wo wer warum aber ich bin erstmal froh wieder zu hause zu sein ist früher als gedacht da wird es in den nächsten videos wird da mal eine erklärung zukommen der sniper super nix vermisst hier ist dieser leute ist das geil ist das geil ich wieder hier bin ja ich freue mich ist der papa wieder da da ist er wieder und ganz ehrlich also es ist ein neues spiel sagt da oben gar mit einer so achte hier auf klaimers zu meiner na toll dreckige ranzige saue ach leute live commentary ist nicht so ja ist klar ist nicht so mein ding aber naja schauen wir mal was da noch so kommen wird auch schade ich habe ja auch ich werde sehr viele unsicherheitskanaden aber egal so wer kommt da hier lang morgen morgen so wo ist er hin ich habe ja level 45 das ist so die ranzigste claimer ecke da oder ja warum ziehe ich ja nicht ja team taktisch nur vier gegner sprich nur vier mögliche opfer für mich das soll da oder hallo ja genau da habe ich gar keinen bock drauf ja so auf jeden fall jetzt werde ich erst mal wieder zocken 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 ach kinder ich bin so froh wieder da zu sein das ist so schön da ist das grünchen raus mit dem schnippel ja auf jeden fall ich werde jetzt ich denke heute abend richtig mächtig viel zocken und mein leben genießen und da werdet ihr natürlich auch ein paar punkte kriegen da kann man stehen war schön zu 60 wo ist der hin da gehe ich nicht raus jetzt ich freue mich auf jeden fall wird es mal ein bisschen doctoral ich freue mich auf jeden fall ein bisschen gesehen, da ist die Sau. Komm, komm. Mann. So, machen wir ihn jetzt. Erstmal hier schön mal einen auskegeln. Ja, ja. Wir werden dominiert am Arsch. Da ist schon das Dröhnchen. Nur eine Frage der Zeit, bis sie fertig sind. Ja, wieder weg. Hm. Schöner ein. So, und nun? Ja, ich bin kein Typ. Sorry, Leute. Ich kann es nur noch mal sagen. Ich bin kein Typ hier für... Komm. Das war meiner. Ja, jetzt bin ich tot. Pass auf. Zack. Tot. Ja, okay. Ist egal. Ja, schon... Bin ich wieder da, ne? So, Bewegungssensor. Dreck so. Komm, die holen wir uns. Hier, schön mit den Akimbos. Nee, oder? Ja. Jetzt mal auf das Geschütz aufgepasst. Ja, ich würde mal sagen, Sahne. Hm. So. Habt ihr das gerade gesehen? Diesen Grafikfehler. Habt ihr das auch? Hm. So, auf jeden Fall. Ich werde aber am Zocken. Bitte schreibt mich jetzt nicht voll. Hier, bitte, bitte, bitte. Und nee. Und Ende mich. Und das nochmal. Und so. Nee, ich will das mal hier. Ja, schön den Typen wegfixen. Nee, ähm. Ich werde es mal schön so möglich hier äh, ein bisschen zocken. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Und, ja. Glück gehabt. Glück gehabt. Oh, 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 oh. Ja, war ja klar. Und ne Bondstrike. Schön hier. Mord ein. So. Wo ist der? Der kommt jetzt her. Ja, ist klar. Kommt der da mit dem Rocky an. Ist das normale? Und da steht da mein Name drauf. Der hat mich an der jetzt getötet. Ja, muss ich mal wieder hier alles sichern. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Egal. Oh, der ist so ein Bewegungssensor. Schlampe. Ich mag Black Ops. Ja, hätte ich nicht sehen können, oder? Ha! Camper Sau. Ja, das ist Kollege. Ich habe gedacht, das ist knapp noch. So, Sieg. Ja, konnte ich nur sehen lassen, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, der erste Gameplay ist, der Drops ist gelutscht. Auf jeden Fall, ich habe es euch versprochen, ich mache es. Hier sehen wir eure Killcam. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, tut mir leid. Ich bin kein Live-Kommentary-Typ. Bis zum nächsten Mal.